Herzlich Willkommen zu unserer dritten Stunde über den Brief des Jakobus. Wir haben gesehen, dass der Jakobusbrief sehr schnell in eine praktische Ebene kommt. In seinem zweiten Vers sagt er sofort, haltet es, liebe Brüder, für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, und das Wort kann man auch mit Versuchung übersetzen, geratet, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt und das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. So, wir sind in diesem dritten Studium und wollen uns insbesondere um dieses Thema der Versuchung, der Anfechtung kümmern. Der Titel unserer Betrachtung ist die Anfechtung, der Versuchung zu widerstehen, sie auszuhalten. Gebunden an den Text in Jakobus 1, Vers 12 Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet oder überwindet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. So, wir müssen also die Versuchung überwinden. Wir müssen in der Versuchung stehen, ohne zu fallen. Das ist das Ziel, weil nur wenn unser Glaube recht schaffen ist und wenn wir bewährt sind in diesem Kampf mit der Versuchung, nur dann wird die Krone des Lebens empfangen werden, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und jetzt geht der Jakobus weiter und sagt etwas, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. So, der Apostel Jakobus, der Diener des Herrn, will hier deutlich etwas hervorheben, was viele Geister der Menschen, wenn ich so sagen will, durcheinander bringt oder womit viele Schwierigkeiten haben. Wir haben in der ersten oder zweiten Stunde gesehen und auch gelesen, dass wir die Anfechtung als eine Freude annehmen sollen, weil wir dadurch unseren Glauben geprüft bekommen. Und wir haben gelesen in dem Buch von dem Berg der Seligpreisungen, vielleicht zitiere ich es noch einmal. Die Prüfungen des Lebens sind Gottes Arbeiter, die von unserem Charakter alle Unreinigkeiten und Trauheiten entfernen sollen. Ja, woher kommen jetzt die Anfechtungen und die Versuchungen? Es wird noch ein bisschen spannender, wenn wir in Matthäus gehen, Matthäus Kapitel 4 und dort lesen wir Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. So, wer führt ihn in die Wüste? Es ist wohl offensichtlich der Geist, der auf ihn gekommen ist bei der Taufe. Aber warum führt er ihn in die Wüste? Damit er vom Teufel versucht wird. So, arbeitet Gott und der Teufel zusammen bei der Versuchung des Menschen? Viele haben so eine Idee und viele können hier nicht den Unterschied machen, warum der Geist in die Wüste bringt und warum er vom Teufel in der Wüste versucht wird. So, lasst uns deshalb, damit wir es für uns und ich sage immer eins für alle mal klären. Wir müssen die Versuchung betrachten, wie sie hier der Jakobus deutlich versucht zu machen, wie sie funktioniert. Weil in der Funktion der Versuchung können wir erkennen, was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. Und in welcher Art und Weise Gott überhaupt beteiligt ist bei den Versuchungen und Anfechtungen des Menschen. Weil ich denke, wir brauchen hier 100% Klarheit. Was ist die Versuchung? Wo entsteht sie? Und wieso fallen wir in sie oder wieso überfinden wir sie? So, lasst uns hier den Vers 13 noch einmal lesen und Vers 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde oder Lust gereizt und gelockt wird. Nun, ich bin nicht immer jemand, der ein Wortstudium macht, aber es hat mich interessiert, wie denn dieses Wort Begierde in der Bibel benutzt wird. Und so konnte ich das ein bisschen schauen, dass das Wort Begierde oder Lust in sich selbst nicht negativ ist. Das heißt, es wird in der Bibel zwar nur an drei Stellen, so wie ich dort das gelesen habe, benutzt im positiven Sinne. Das heißt, man wird zu etwas Gutem gereizt, man begehrt etwas Gutes und es wird aber häufig benutzt, wenn es um eine Begierde geht, die zum Bösen hingeht. So, Begierde also an sich ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wozu, in welche Richtung, womit ich sie stille. Und die Begierde ist ja in den Menschen so hineingelegt worden. Sie ist ja Teil der Schöpfung Gottes. Nur die Richtung, in die sie benutzt wird, ist dann das, was es zu einer, wie der Jakobus hier sagt, wenn die Sünde, wenn die Begierde empfangen hat, das heißt, wenn sie sich verbunden hat mit der falschen Sache, dann gebiert sie die Sünde. Und die Sünde führt dann zum Tode. So, um Versuchung zu verstehen, um zu verstehen, was damit gemeint ist, dass sie nicht eine äußere Sache ist, sondern ein innerer Prozess, der sowohl auf das Gute als auch zum Bösen, wenn man so will, kann man gereizt und versucht werden. Also müssen wir an den ganzen Anfang gehen und uns die erste Versuchung anschauen und anhand dieser ersten Versuchung den Typus sehen, das heißt, die Funktion der Versuchung sehen, wie sie überhaupt nur möglich ist, dass sie kommt zum Vorschein und dass sie uns in die falsche Richtung führt. So, lasst uns deshalb zurückblicken auf den Anfang. So, die Versuchung... Was ist sie? Was ist die Versuchung? Die Versuchung kommt zustande durch einen Reiz, den man im Menschen selbst erzeugt. Und die, die ein bisschen meine Vorträge kennen, wissen, was im Herzen des Menschen letztendlich die Versuchung hervorbringt. Sie wissen, dass wir so gebaut sind, dass wir in Richtung Gewinn gehen müssen. Wir haben für einen Gewinn ein Ja. Und wir müssen gegen den Verlust gehen. Und wir haben für den Verlust ein Nein. So, der Mensch ist also gemacht, dass er zum Gewinn ein Ja hat und zum Verlust ein Nein. Und jetzt gucken wir uns die erste Anfechtung an. Gott sagt dem Adam und der Eva, dass sie nicht essen sollen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Er gibt ihnen also einen Ort, wo sie nichts zu suchen haben. Nun könnten wir sagen, ja, Gott ist es, der den Baum dahin tut. Weil hätte er den Baum da nicht hingetan, hätte der Satan sie nicht versuchen können. Und damit wäre ja die Versuchung gar nicht zustande gekommen. Wenn man ein bisschen so denkt, dann ist dieses Denken zwar scheint, zwar logisch, dennoch ist es ein Ausdruck, dass man nicht weiß, von was man spricht. Deshalb lasst uns einen kurzen Schritt noch zurückgehen und zu schauen, als der Mensch geschaffen wurde. Und da möchte ich das auf einem nächsten Blatt tun. Der Mensch wird bei der Schöpfung des Menschen gab es bereits im Universum Gottes, Ich male den mal so an, ein Fragezeichen. Es gab ein Fragezeichen über Gott. Ist Gott gerecht? Ist Gott Liebe, wenn man so will, oder gerecht? Ist eins und dasselbe? Und jetzt ist im ganzen Universum schon sozusagen die Saat des Bösen, das ist dieses Fragezeichen über Gottes Charakter. Und als der Mensch geschaffen wird und auf die Erde getan wird, dann muss er jetzt in diesem Konflikt, wird er quasi hineingeboren. Er ist aber nicht in der Lage, die Dinge so durchzublicken wie jetzt die Engel und ich sage jetzt mal, er ist nicht in der Situation wie Satan und hat nicht die Intelligenz und nicht die Übersicht, weil er ist ja jetzt ein neugeborenes Wesen. Und er könnte sich nicht orientieren anhand der Sachen, weil er ist ja jetzt neu da. Er kommt hinein in eine Situation und Gott will ihm eine Chance geben, hier entsprechend seiner Fähigkeit zu handeln und so tut er einen Riegel quasi um ihn herum, damit Satan ihn nicht versuchen kann mit seinen ausgeklügelten, rein geistigen Sachen. So bringt Gott ihn dahin und sagt, ja, er ist in eine Auseinandersetzung hineingeboren, er ist frisch hier, er weiß noch nicht, um was es geht, so reduziere ich die Möglichkeit, dass er versucht wird. Ich mache also eine Barriere dem Bösen, indem ich ihm nur einen einzigen Punkt gebe, wo er quasi angegriffen werden kann. Gott musste das tun, weil er musste Menschen und seinen Geschöpfen, die eine moralische Fähigkeit haben, die, wenn sie schon in eine Auseinandersetzung hineingekommen sind, müssen sie sich in dieser Auseinandersetzung bewähren. Sie haben das Recht, in dieser Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse das Falsche zu wählen. Das wäre nicht der Fall gewesen, wäre das Böse nicht schon da gewesen. Das heißt, bevor überhaupt durch Satan die Sünde zustande kam, gab es nirgendwo eine Bewährung für irgendjemanden. Aber da der Mensch mitten in diesen Kampf hineingeboren wurde, geschaffen wurde, muss er dem Test der Bewährung ausgesetzt werden. Adam, das ist eine interessante Sache, die wir verstehen müssen, wird hier vor eine Wahl gestellt zwischen Leben und Tod. Und lasst uns das mal ein bisschen überlegen. Adam sagt, Gott sagt zu Adam, wenn du von dem Baum issest, dann wirst du sterben. Wenn du aber von dem Baum nicht issest, dann wirst du leben. So hatte der Adam das ewige Leben, als er gemacht wurde. Oder war sein ewiges Leben sein Leben überhaupt? Weil Gott schafft ja für die Ewigkeit letztendlich. Aber hatte Adam das ewige Leben oder hatte er es nicht? Nun, wenn er in eine Bewährungssituation hineingekommen ist, dann musste er erst bewährt werden, bevor ihn Gott in diesem Kampf zwischen Gut und Böse sagen konnte, okay, Adam hat das Gute gewählt und jetzt ist er fähig, das ewige Leben zu haben. Ihr seht die Verheißung Gottes, aber im Neuen, nicht nur im Neuen Testament, sondern in der Heiligen Schrift, sagt Jesus, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das heißt, ist das Leben der Erlösten noch unter Bewährung oder nicht? Wird es nach der Beendigung des Kampfes irgendwo noch eine Bewährungssache geben oder nicht? Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, es wird sie nicht mehr geben. Das Fragezeichen, das gestellt wurde über Gott, wird gelöscht worden sein. So, wenn es darum geht, ist Gott Liebe, ist Gott gerecht? Wenn dieses Fragezeichen, ich mache mal hier so eine Kuppe, wenn diese Sache erledigt ist, dann gibt es keine Bewährungsprobe mehr. So, lasst uns das mal überlegen, dass wir klar werden, worum es geht. Als Adam geschaffen wurde, war sein ewiges Leben nicht sicher. Weil Gott selbst sagt ihm, du wirst sterben, wenn du von dem Baum er ist. Unser Leben, nachdem wir bewährt sind, sagt hier der Jakobus, ist wie? Er wird die Krone des Lebens empfangen. Und damit geht es nicht mehr um ein Wesen, das sterblich ist. Damit geht es nicht mehr um ein Wesen, das irgendwie überhaupt die Möglichkeit hat, wieder zu sündigen und zu sterben. Weil, wenn ich kurz den Korintherbrief aufschlage, 1. Korinther 15, im Vers 42, so ist auch mit der Auferstehung der Toten, es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Und ich überspringe jetzt ein paar Sachen. Vers 50, das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht, die Unverweslichkeit. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschwallen und die Toten werden auferweckt werden. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dies Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dies Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dies Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das da geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Verstehen wir das jetzt? Das heißt, bei der Auferstehung, bei der Wiederkunft Jesu, bekommt der Mensch keine andere Bewährungsprobe mehr. Er braucht sie nicht, weil er erfüllt völlig die Voraussetzungen für ein ewiges Leben. Deshalb bekommt er das Unverwesliche. Deshalb wird Christus zu einem lebendig machenden Geist. Und jeder, der in Christus ist, hat das ewige Leben, weil er durch den Glauben die Bedingung zum ewigen Leben erfüllt hat. Der Adam und die Eva mussten sie erst noch erfüllen, obwohl sie sündlos waren. weil sie ja hineingeboren wurden in einen großen Kampf. Und für die, die ein wenig die Schriften von Ellen White gelesen haben und ihre Erfahrungen, die sie hatte mit Gott und die Visionen, die sie hatte, als sie im Himmel war, die mögen erkennen, dass sie schrieb, als sie auf anderen Planeten war, dass dort Menschen waren oder ähnliche Wesen wie wir Menschen, die waren, die einen größer, die einen kleiner. und sie, der Engel erklärt ihr, dass die auch einen Baum hatten dort, aber die haben nicht gegessen von der verbotenen Frucht. Und so haben sie das Leben und solange der Baum da ist, hätten sie sich natürlich an dieser Frucht gegen Gott rebellieren können, aber bleiben sie treu in dem Bereich, in dem Zeitraum, wo sie sich bewähren, dann kann der Baum entfernt werden und sie sind für alle Zeiten dann ewig. So, das sind Menschen, die sind nie in die Sünde Adams gefallen, so wie unser Vorvater, so sie haben sich bewährt, obwohl sie geboren wurden in einem Kampf, haben sie der Sünde, der Versuchung zur Sünde nicht stattgegeben. Und das ist jetzt mein persönlicher Annahme, mein persönlicher Glauben, ich möchte nicht als ein Dogma herstellen, ich nehme es von einem Gleichnis, wo Jesus erzählt, dass er 100 Schafe hat und wenn eins verloren geht, dann geht er und sucht das eine, er verlässt die 99 und geht und sucht das eine. und ich vermute hier, dass Gott tatsächlich und es würde zu seinem Charakter gut passen, 100 Planeten geschaffen hat und 100 Mal dieselbe Sache ausgesetzt hat, diejenigen Wesen, die er moralisch hingemacht hat, zu tun und von den 100 ist nur eines, das auf die ausgeklügelten Sachen Satans reinfällt. Das heißt, wenn ich 99 zu 1 habe, wie möglich wäre es für Adam und Eva gewesen, nicht zu sündigen? Ganz klar, sie hätten nicht auf die Versuchung eingehen müssen. Sie hätten sie durchschauen können, sie wären dem Ganzen gewachsen gewesen, weil es war ja ganz einfach. Essen ist Tod, nicht Essen ist Leben. Aber jetzt kehren wir zurück zur Versuchung. Ich hoffe, dass wir diesen einen Gedanken verstanden haben, als Adam und Eva geschaffen wurden. Hatten sie das ewige Leben noch nicht. sie mussten sich erst bewähren. Sie hätten es behalten können, das Leben, das sie hatten, ohne je zu sterben und es wäre in die Ewigkeit weitergegangen, aber sie waren noch nicht bewährt. Sie wurden in eine Bewährungsprobe hineingesetzt, aufgrund der Auseinandersetzung und Gott muss, ich denke, gegenüber allen seinen Geschöpfen, nicht weil er muss, aber er ist es, fair sein. Er sagt, wenn ich schon mitten im Kampf etwas tue und dieses Fragezeichen hier steht, dann will ich es so machen, dass es für den Menschen einfach ist, dass jeder überwinden kann. Deshalb müssen wir verstehen, warum Gott den Baum, warum er diesen einen Punkt des Angriffes erlaubt. Er setzt ihn hinein, nicht damit Adam und Eva fallen, nein, 99, wenn ich in der Analogie des Gleichnisses bleibe, 99 fallen nicht. Nur einer fällt. So ist es also nicht eine Frage, dass Gott den Menschen hier irgendwie überfordert hat. Er beweist dadurch, dass nur ein Schaf verloren geht und auch dieses Schaf geht verloren, weil es nicht, weil es hätte nicht überwinden können, sondern weil es sich hat leicht täuschen lassen, sage ich jetzt mal. Und Gott wollte auch den Getäuschten nicht verlieren. Er wollte auch den Getäuschten nicht endgültig verloren gehen. Deshalb hat er einen Plan gemacht, wenn eines von den Hundert, wenn eines der Schafe wohl abirrt und der Versuchung nicht widersteht und dennoch fällt, dass es dann doch noch wieder rekuperiert, erlöst, wiederhergestellt werden kann. So, das damit wir verstehen, wie ist die Zusammenarbeit? Warum hat Gott den Baum gemacht? Damit der Mensch fällt? Hat er, ist durch die Schaffung des Baumes schon eine Versuchung geschaffen worden? Völlig die Antwort ist nein. Gott tut das, weil es in einem Kampf ist und er tut es so, dass es den Menschen favorisiert, dass er nicht durch andere Möglichkeiten angefochten werden kann, außer an diesem einen Punkt. Aber diesen einen Punkt muss er sowohl dem Bösen erlauben, weil würde er jetzt den Menschen ganz abgeschottet haben, könnte er sagen, naja, der ist ein Sklave. Du schaffst dann, dann würde genau das, was er angeklagt hatte, zu sein, du schaffst alles nur um deines Willen. Du schaffst es für dich selbst. Und damit hätte ja Gott die Anschuldigung des Bösen rechtfertigt. Aber Gott muss sich nicht verstecken, er muss nichts ändern an seinem Wesen. Er will nur, dass alle anderen verstehen, wie er ist, weil sie sollen ihm nicht dienen. Sie sollen nicht neben ihm sein aus Angst oder weil sie dann sterben würden, wenn sie gegen seine Ideen sind, sondern sie sollen mit ihm sein, weil sie das lieben, was er liebt, weil sie das mögen, was er mag. Deshalb hat er kein Problem, den Baum hinzutun und zu sagen, du bist mein Geschäft. Ich bist hier in diesem Kampf hineingeboren und jetzt musst du wählen, ob du wirklich mit mir einverstanden bist oder ob du denkst, ich sei verkehrt und da der Mensch nicht viel wusste über Gott, da hat er die Anfechtung so klein wie möglich gemacht, damit er sicherlich nicht fallen muss oder der ganzen Sache nicht gewachsen war. so das ein wenig zur zum Baum des Guten und Bösen er ist also zum Schutz des Menschen gegeben aber gleichzeitig für seine Bewährung zum Schutz das Satan der überlegen ist nirgendwo anders attackieren kann außer an dieser Stelle wo der Mensch ihm gewachsen ist und er ist dahin gegeben und der Baum selbst stellt keine Versuchung dar die Versuchung kommt jetzt aus einer anderen Situation aus der Begierde des Menschen und jetzt wollen wir uns anschauen wie wurde Eva und dann auch Adam versucht in welche Weise sind sie gefallen und ob sie hätten überhaupt fallen müssen so lasst uns deshalb zurückblättern und uns die Versuchung anschauen Gott hat uns so gemacht dass wir in unserem Unterbewusstsein nur ein Ja und ein Nein haben wir können nur zwischen Gewinn und Verlust entscheiden und Gott hatte klar gemacht dem Adam und der Eva Gewinn ist nicht Essen Verlust ist Essen das war für Gott er hat ihnen das deutlich gemacht jetzt kommt Satan und sagt Gewinn ist Essen wegen dem Essen nicht wirklich wegen dem Essen aber er kommt mit etwas was wofür der Mensch natürlich hingezogen ist er kommt und verspricht dem Menschen ihr werdet Klugheit haben ihr werdet so sein wie Gott und wenn man Gott anschaut dann muss er ja etwas sein wo wir uns interessieren wo wir danach streben und sein wie Gott ist ja im eigentlichen Sinne nichts Böses nichts Falsches wir wollen doch Gottes ähnliches Wesen sein wir wollen doch so sein wie Gott weil er so lieb ist und so weise und wir wollen da hinkommen und jetzt verführt sie Satan nicht mit einer falschen Begierde weil sie hatten ja keine falsche Begierde in sich wie das dann nach dem Sündenfall ist ein Mensch war vor dem Sündefall ohne eine falsche Begierde er konnte nur durch eine gute Begierde versucht werden das falsche zu tun so Satan kommt jetzt und er verdreht dem Menschen in seiner Erklärung die Gewinn Verlust Rechnung er sagt Essen ist Gewinn und wenn ihn nicht es dann bleibt er im Verlust und jetzt muss die Eva wählen weil das Essen ist ja nur der Aufhänger letztendlich geht es ja um Weisheit um Gott Ähnlichkeit es geht um etwas was Gott in uns hineingelegt hat dass wir danach streben wir werden alle Ewigkeit danach streben Gott immer ähnlicher zu werden wir werden alle Ewigkeit Weisheit lernen 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 wir werden natürlich Gott nie erreichen weil er überlegen ist aber wir als Menschen als seine Geschöpfe werden in die Bewegung kommen und wir werden alle Ewigkeit immer danach streben weiser klüger verständiger Dinge zu verstehen ständig am lernen weil würde es irgendwo eine Grenze für den Gewinn geben an Weisheit dann wären wir in unserem Streben irgendwann kämen wir an den Schluss und sagen hier ist Ende aber es gibt kein Limit für Gewinn es gibt kein Limit für Gewinn deshalb ist der Mensch von Gott so gemacht dass er das nachstrebt dass er danach ständig geht ich finde es so bezeichnend wie der wie Ellen Weiters in Patriarchen und Propheten sagt hier auf Seite 31 im zweiten Absatz Satan täuschte dem heiligen Paar vor es könne durch die Übertretung des göttlichen Gesetzes nur gewinnen es ist klar kann man dir nichts verkaufen als ein Gewinn wirst du es nicht tun weißt du dass das Essen Verlust ist kannst du es nicht mehr tun denkst du aber es könnte ja vielleicht Gewinn sein dann wirst du kosten so Satan täuschte dem heiligen Paar vor es könne durch die Übertretung des göttlichen Gesetzes nur gewinnen hören wir heutzutage nicht ähnliche Beweisgründe viele reden von der Engstirnigkeit derer die Gottes Gebote befolgen während sie selber weitherzigere Anschauungen und infolgedessen größere Freiheiten hätten klingt das nicht wie ein Echo der Stimme aus Eden an dem Tage da ihr davon esst das heißt da ihr Gottes Gebot übertretet werdet ihr sein wie Gott Satan behauptete der Genuss der verbotenen Frucht sei ihm sehr nützlich gewesen dabei verheimlicht er allerdings dass er wegen der Übertretung aus dem Himmel ausgestoßen wurde so ihr seht Adam und Eva wurden mit einer natürlichen Begierde versucht aber die Versuchung war nicht zur Befriedigung dieser Begierde sondern genau zum Gegenteil davon wenn wir das verstehen das heißt sie sollten gewinnen durch Essen aber durch Essen kamen sie in den Verlust der Satan hat ihnen etwas versprochen und sie glaubten ihm mehr wie sie Gott glaubten ein Weid beschreibt das weiter hier so Eva glaubte Satans Worten wirklich ihr seht an Glauben wir werden noch über Glauben im Jakobus Brief sprechen aber dieser Glaube bewahrte sie nicht vor der Strafe der Sünde den Worten Gottes schenkte sie keinen Glauben und kam dadurch zu Fall im Gericht werden Menschen nicht deshalb verdammt werden weil sie eine Lüge für glaubwürdig hielten sondern weil sie die Wahrheit ablehnten und nicht lernen wollten worin Wahrheit besteht vielleicht lese ich noch den nächsten Satz welche Trugschlüsse Satan auch nahe legen mag es ist immer verhängnisvoll Gott nicht zu gehorchen deshalb müssen wir uns von Herzen bemühen die Wahrheit zu erkennen alle Lehren die Gott in seinem Wort aufzeichnen ließ sind uns zur Warnung gegeben um uns vor Betrug zu schützen ihre Missachtung wird zu unserem Verderben führen denn alles was den Worten Gottes widerspricht kommt von dem Widersacher so lasst uns das mal ein wenig verdauen wieder kauen wieder kauen die Versuchung kam nicht durch den Baum sie kam dadurch dass der Satan der Teufel zur Eva spricht und sagt iss von diesem Baum weil dieser Baum schenkt dir Klugheit du wirst sein wie Gott du wirst erkennen das Gute und Böse und Gott will dir ja nur die das Gute vorenthalten weil er ist eifersücht er möchte nicht dass man so ist wie er ist und so hat er euch hiermit nur eine eine Grenze gesetzt und da er ja schon im Himmel gegen die Grenze anstoß so wollte er jetzt wiederum den Menschen dazu bringen gegen die Grenzen vorzugehen und so fällt die Eva und auch der Adam nicht weil sie in sich selbst eine schlechte Begierde hat nein satan versucht sie mit dem Guten er nutzt das was Gott zum Guten in uns hineingelegt hat uns zu verführen am Guten aber er gibt uns ein Mittel zur Befriedigung dass das genau umgekehrt macht nämlich wir befriedigen genau das Gegenteil das heißt er verspricht etwas das als ein Gewinn ist was ein Verlust ist und damit gehen wir wenn wir im Glauben verloren ganz egal mit was er uns versucht so die Versuchung zum Bösen ist von Gott nicht möglich weil er ja die Wahrheit ist und er kann nicht lügen er kann dich nicht dazu bringen dass du eine Lüge glaubst weil er nicht der ist der irgendetwas mit der Lüge zu tun hat er ist Wahrheit und er hatte Adam und Eva die Wahrheit gesagt aber Adam und Eva glaubten nicht Gott sondern sie glaubten dass der Böse die Schlange recht hat lasst uns doch nochmal an die Tafel malen das hier ist die Wahrheit das ist das gute Auge das ist das gesunde Auge des Herzens von dem Jesus spricht in in Matthäus 6 Vers 21 19, 20, 20, 22 es ist das gesunde Auge es sagt uns die Wahrheit nicht essen ist leben essen ist Tod als Folge im Neuen Testament sagt Jesus Gewinn ist das Leben geben und das Leben behalten ist Verlust die Menschen wollen ihr Leben behalten sie wollen ihr Leben für sich halten und sie wissen nicht dass sie dabei im Verlust sind deshalb sagt Jesus jeder der dein Leben gibt zugunsten des Evangeliums der wird es gewinnen es ist immer eine Gewinnverlustrechnung nur ich brauche das richtige Maß so die Anfechtung die Versuchung zum Bösen bringt dir das falsche Maß zur Befriedigung deiner Begierde die Gott in dich hineingelegt hat weil er dich ja mit einem Ziel schaffen musste die Lust ist nicht nichts Falsches die Begierde zu gehen in Richtung Weisheit die Bibel sagt Weisheit ist kostbarer denn alles was es auf dieser Welt gibt und genau das ist das was der Satan ihnen beschreibt ihnen angebietet nur mit dem falschen Mittel so die Versuchung zur Sünde ist eine sehr ausgeklügelte schlaue Sache die etwas Gutes benutzt und ein falsches Mittel dir gibt und dabei kommt es dann genau umgekehrt raus wie dort wo du hinkommen willst wir wollen gewinnen wir sagen ja zu gewinnen Eva hat Satan geglaubt hat ja gesagt zum gewinnen und dachte Essen ist Gewinn aber Essen ist eine Lüge es ist das böse Auge das böse Auge dessen das wir nach Adam und Eva geerbt haben wir sehen alle die Welt verkehrt wir sehen verkehrt wie man Gewinn wie man zu Weisheit kommt die Menschen sehen heute Weisheit indem sie viel lesen sie denken je mehr sie lesen umso weiser werden sie was sagt die Bibel was sagt der große weise Salomo was ist die Hauptsumme aller Lehre wie viel muss ich studieren was muss ich wissen Prediger ich lese es mal weil es so schön ist Prediger das letzte Kapitel Vers 12 Kapitel 12 ich lese auf Vers 10 der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen das ist eine schöne Sache die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagenen Nägel die gesammelten Aussprüche sie sind von einem einzigen Hirten gegeben und über diese hinaus lass dich warnen mein Sohn des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib lasst uns die Summe aller Lehre hören fürchte Gott und halte seine Gebote denn das macht den ganzen Menschen aus denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen samt allem Verborgenen es sei gut oder böse hier haben wir eine Menge was uns anbietet zu lesen zu studieren und so weiter und der Salomo sagt reduziere es mein Junge reduziere es bring es auf den Punkt alles was wir brauchen alles was uns aus dieser Welt hinausführt in die Ewigkeit ist dass wir das Gesetz Gottes verkennen dass wir Gott fürchten und sehen er hat er es wird eine Konsequenz geben unsere Wahl es wird ein Gericht geben und jeder wird das kriegen was er gewählt hat hat er sich verführen lassen vom Bösen hat er sich täuschen lassen durch die Lüge dann ist er selbst verantwortlich dafür weil ich habe ihm dir dann die Wahrheit gegeben sie sind da die Worte der Wahrheit sind wie Weise ich habe dir geschrieben mein Sohn und ich sehe ja den Prediger von Gott kommen an uns geschrieben so wie den Jakobus auch damit du weißt die Wahrheit der Kampf ist zwischen Wahrheit und Lüge Licht und Fensternis das ist Licht das ist die Fensternis und es ist nur in der Umkehrung was ist Gewinn was ist Verlust wir können nie anders funktionieren außer dass wir zu Gewinn gehen weil Gott hat uns so gemacht und das ist nicht falsch und die Versuchung kommt und sie verkauft uns etwas als Gewinn was ein Verlust ist und da können wir nur mit dem Gesetz es ist das einzige Mittel der Versuchung zu widerstehen wenn ich nicht die 10 Gebote Gottes nehme wenn ich nicht das Wort Gottes und manche sagen ja das ganze Wort ja das ganze Wort die Bibel ist das Wort Gottes aber da gibt es so viele unterschiedliche Sachen die man so und so interpretieren kann während ein Gesetz ist nicht so ein Gesetz ist fest deshalb kommt der eine und stützt sich auf ein Wort Gottes und der andere stützt sich auf das andere aber unsere Geister sind durcheinander weil wir nicht verstanden haben im Grundsatz was ist das Gesetz worauf muss ich mich stützen damit ich dann Weisheit habe und weiß was richtig und was falsch ist weil ich brauche Weisheit der Salomo bat um Weisheit und Gott gab sie ihm und er schreibt phänomenale Sachen über die Weisheit und er schreibt als einer der in die Versuchung gefallen ist die Lüge geglaubt hat er dachte viele Frauen sind mehr besser wie eine und er kam in diese große in diesen großen Verlust und aus dem Verlust heraus konnte ihn Gott erlösen dass er erkennt seine Not so lasst uns den Gedanken zu Ende bringen Versuchung kann sowohl zum Guten also die Versuchung benutzt das Gute was Gott in uns hineingelegt hat aber es gibt uns ein falsches Maß wie es erfüllt werden soll hat Gott nicht uns die Sexualität gegeben ist die sexuelle Lust etwas falsches an sich nicht aber ist es nicht im Rahmen der Treue der Ehe da drin sondern ist es in irgendeinem anderen Verhältnis so ist die sexuelle Lust falsch das Ausleben von ihr die Befriedigung ihrer führt ist dann Sünde während in der Ehe wenn sie entsprechend der Liebe gemacht wird wiederum das muss man ein bisschen einschränken wenn es zugunsten des Anderen ist dann ist sie ein dann erfüllt sie ihren Zweck so wie Gott ihn gegeben hat aber ist sie auf dieser anderen Seite geht es um mich dann erfüllt sie nicht den Zweck für den Gott sie gegeben hat lasst uns zurückkehren zu unserem Text wir wollen ja der Versuchung widerstehen meine Beobachtung und die Anfechtung der Kinder Gottes ist nicht eine Versuchung zum Bösen das heißt es scheint nicht dass der Böse uns etwas Böses anbietet zu tun und ich möchte das an es ist eine Versuchung zum Bösen an sich dass ich das Böse tue aber es kommt nicht wie soll ich sagen es kommt hier nicht und wird eine Neigung zum Bösen ausgenutzt ausgenutzt diese Neigung zum Bösen die haben die Kinder Gottes sage ich jetzt mal die Neugeborenen nicht so wirklich in sich sondern wir gucken uns deshalb die Versuchung Jesu an wie hat er überwunden zu was wurde er denn versucht wo musste er seine seine Bewährungsprobe machen musste Jesus versucht werden ja er musste versucht werden damit er uns erlösen kann so wird er also nach dem nach der Taufe in die Wüste gebracht vom Geiste Gottes und vorbereitet für den Angriff des Bösen und der Böse kommt nicht zu Jesus und sagt schau brich mal die Ehe er kommt nicht und sagt wie wäre es wenn wir ein bisschen stehlen gehen oder wie wäre es wenn wir hier eine Lüge verbreiten damit hätte der Böse nur Chance gehabt bei Jesus er hatte nur eine berechenbare Chance wenn er genauso kam zu Jesus wie er zu Eva kam und zu Adam über etwas Natürliches über etwas das das Natürlich ist es zu befriedigen über eine Begierde über den Appetit die natürlich von Gott in uns hineingelegt ist und so konnte auch der Satan konnte auch Jesus wir letztes Mal gesehen haben den Satan nicht unterscheiden als Mensch in seiner Form wie er zu ihm kam weil er kam als Engel des Lichtes er kam als Erlöser nach den 40 Tagen Fastens kam er hier jetzt ist Zeit wieder zu essen aber er kommt und er spricht mit einer Zunge die genau das Gesetz Gottes angreift die das Gesetz umdreht genauso wie im Fall der Eva und der Satan das heißt er kommt genau an der Stelle und inversiert es wortwörtlich Gott sagt Essen ist Verlust Nicht-Essen ist Gewinn und er kommt und sagt Essen ist Gewinn und Nicht-Essen ist Verlust und jetzt kommt er zu Jesus und sagt schau du bist fast am Sterben ich sage es mit meinen Worten du bist doch irgendwo Gottes Sohn bist du nicht du bist doch von Gott geschaffen oder bist du Gottes Sohn du bist doch Gottes Sohn kannst du dir nicht selber helfen kannst du dir nicht ein bisschen was tun wenn du Gottes Sohn bist so spricht das diese Steine Brot werden sonst stirbst du sonst geht dein Werk zu Ende bevor du es überhaupt angefangen hast wie hat Jesus den Versuch erkannt woran hat er erkannt dass er zwar offensichtlich mit dem Appetit kommt mit etwas Gutes mit der Not nach Nahrung wie hat er ihn erkannt er hat ihn ganz deutlich erkannt an dem Angriff auf das Gebot Gottes und hier zitiert Jesus dann er aber antwortet und sprach es steht geschrieben geschrieben steht es der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von einem jeden Wort das aus dem Munde Gottes hervorgeht und dieses Wort ist das Gesetz Ellen White zitiert es deutlich in ihren Schriften und wir finden es genauso in 5. Buch Mose Kapitel 8 5. Buch Mose Kapitel 8 finden wir es genau an dieser Stelle wo er sagt ich glaube Vers 3 2 und 3 lesen wir und du sollst an den ganzen Weg gedenken durch den der Herr dein Gott dich geführt hat diese 40 Jahre lang in der Wüste um dich zu demütigen um dich zu prüfen wer hat ihn geführt wer hat ihn geprüft damit offenbar würde was in deinem Herzen ist ob du seine Gebote halten würdest oder nicht so Gott setzt die Prüfung an er setzt die Situation an wir müssen uns bewähren vor ihm aber er versucht nie zum Bösen sondern er sagt hier tue ich dir den Baum ist nicht alles ok hier führe ich dich durch die Wüste ich bin mit dir weiche nicht ab vom Weg folge mir einfach nach und alles ist gut und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna das weder du noch deine Väter gekannt hattet um dich erkennen zu lassen dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt sondern dass er von all dem lebt was aus dem Mund des Herrn hervorgeht so das ist das was Jesus dem Bösen zitiert weil er weiß sie gingen durch die Wüste da wuchs nichts da war auch kein Wasser und er gab ihnen Wasser auf dem Felsen er sorgt er wollte sie eine Lehre zeigen er führte sie durch die schwierigen Umstände nicht um sie zum Bösen zu versuchen nicht um sie zur Sünde zu reizen nein das kann Gott nicht tun sondern um ihr Vertrauen zu stärken zu stärken und es zu lernen so lasst uns das klar machen Satan kommt zu Jesus und versucht ihn an der natürlichsten Stelle die es gibt des Essens genauso wie es Gott wie es er wie Satan es gemacht hat in der in Eden Christus wist er musste sich bewähren an der Stelle wo Adam gefallen ist musste Christus die Bewährungsprobe überstehen aber er musste noch weit weiter gehen als das er musste einen vollkommenen bewährungsvollen Charakter entwickeln dessen Charakter würdig ist für das ewige Leben deshalb sagt der Hebräerbrief er wurde durch Leiden vollkommen gemacht und ist darum allen die an ihm glauben und ihm nachfolgen die Ursache einer ewigen Erlösung geworden das ist das Werk der Erlösung durch Christus Christus hat die die Bewährung erreicht und jetzt ist es wieder möglich für jeden Menschen der durch den Glauben Christi Fußspuren folgt genauso die Bewährung für sein Leben wenn er in Versuchung kommt zu zu überwinden durch ihn durch ihn allein können wir siegen weil er siegte aber ihr seht er siegte nicht an einer Begierde zum Bösen Satan konnte Christus nicht versuchen dass er sagt okay jetzt Jesus komm wir gehen wie ich vorhin sagte stehlen oder Lügen was auch immer wir machen dummen Spaß sowas hätte Jesus nicht berührt aber er kam und wenn ihr lest die Geschichte in dem Buch die Versuchung Jesu im Leben Jesu dann werdet ihr sehen dass wenn du am Hungertod fast bist und jemand kommt und bietet dir eine Lösung für deinen Hunger an bist du vielleicht am überlegen solltest du dieser Lösung nachgehen oder lieber sterben und Jesus sagt aha wenn ich dieser Lösung nachgehe sterbe ich wenn ich aber dieser Lösung nicht nachgehe weil er wüsste er hatte sie geprüft und er hatte gedemigt und hat ihnen gezeigt dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von diesem Worte Gottes von der Wahrheit weil der Geist muss Wahrheit essen er braucht kein Brot so deshalb wird hier Jesus versucht mit gläubigen Sachen mit guten Sachen die die zweite Versuchung ist genauso etwas zum guten er sagt jetzt jetzt übe deinen glauben du stehst hier auf das zirn des tempels stürzt dich herab und dann ist alles gut du beweist dass Gott dein Vater ist er wird dich schützen und was ist die Antwort Jesu und da sprach Jesus zu ihm wiederum steht geschrieben du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen Satan wollte dass Jesus sich zwar auf ein Wort Gottes stürzt aber es falsch wiederum benutzt schaut Anmaßung Anmaßung ist auch etwas was sich auf Wort Gottes bestützt aber die Bedingung für das Wort nicht erfüllt und es falsch macht es sieht aus wie Glauben aber es ist nicht Glauben Anmaßung nimmt ein Wort Gottes und benutzt es falsch und damit ist der jenige der meinte er ist doch vollen Glaubens er stürzt sich in das Wort Gottes er nimmt den Verheißen und sagt das hat Gott verheißen ja Gott hat verheißen aber guck dir die Bedingung an es gibt keine ohne Bedingung guck dir ob du die Bedingung erfüllst damit du dich auf diese Verheißung berufen kannst oder kannst du sie nicht erfüllen deshalb sagte Jesus ganz deutlich du sollst Gott nicht versuchen Gottes bedeutet ich möchte dass er sein Wort erfüllt während ich nicht meine Bedingung für die ich gemacht bin erfülle damit zeigt Jesus dem Versucher dass er durchblickt was richtig und was falsch ist und als er sich natürlich Jesus versucht da würde jeder von uns vielleicht ich meine jetzt für Jesus ist das vielleicht eine leichte Versuchung gewesen er lässt alle Welten alle diese Königreiche dieser Welt an ihm vorbeigehen und sie mussten zu damaliger Zeit noch wunderbar ausgesehen haben würden wir es heute sehen würden wir es nicht unbedingt wünschen aber zu Jesu Zeiten muss es noch wunderbar gewesen sein müssen auf dieser Welt als er die Königreiche dieser Welt an ihm vorbeigehen lässt als er ihm die schönen Orte schafft die wunderbare Natur das Ganze was er ihm da zeigt und sagt kostet dich nur eine kleine Anbetung nimm mich als ist dir wie viele von den Menschen heute der Versuchung zum Reichtum hinfallen und der Jakobus kommt darauf zurück da werden wir noch schauen der Versuchung des Reichtums ist es falsch reich zu sein nein Reichtum ist Gewinn aber wofür welches ist die Bedingung dass Reichtum Reichtum ist war es falsch dass der reiche Jüngling Gewinn hatte und reich war nein es war nur falsch dass er dachte sein Leben hängt von diesem Reichtum ab und er wusste nicht dass wenn er es gibt wenn er das Reichtum den Reichtum weg gibt dann hat er den Gewinn nicht wenn er ihn behält er wurde versucht und er fiel weil der Reiche wird vom bösen Auge haben bekommen das ist es festhalten an dem was du ergattert hast weil das ist dein Leben genau das ist es nicht genau das ist es nicht so die Anfechtung die Versuchung ist besonders schwierig zu unterscheiden und die Menschen denen er hier schreibt sind nicht heiden wir haben gesehen es sind die zwölf Stämme Israel wir haben gesehen im Vers 18 nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit wir sind also in der Wahrheit damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien so das heißt hier sind wir hier geht es um neugeborene Christen um neugeborene Menschen und sie sollen der Bewährung bestehen er sagt hier meine Brüder und Brüder und Brüder geht euch das ganze Ding durch und sicherlich da sind auch die Schwestern gemeint da ist alles drin Brüder und Schwestern es geht also nicht um Fremde es geht um neugeborene Christen sie müssen sich bewähren genauso wie Adam der ihm Eden war und nie gesündigt hatte bis er aß er musste sich genauso bewähren hätte er nicht gegessen dann wäre irgendwann mal die Bewährungsprobe zu Ende gewesen aber Adam hatte das ewige Leben nicht genauso wenig haben wir die wir neu geboren sind das ewige Leben noch nicht bleibend wir sind zwar darin aber als Erstlinge als die Erstlinge seiner Kreaturen muss unser Leben so umgewandelt werden dass es dem Leben Jesu gleich kommt das ist Erstling er ist der Erstling so sind es die Erstlinge die gereift werden heran diese müssen wiederhergestellt werden zur Zeit ihres Lebens deshalb müssen sie die Bewährungsprobe durchgehen sie müssen Überwinder werden der Anfechtung und der Versuchung und die Frage ist wissen wir wie lasst uns nochmal die Tafel anschauen Satan kann uns nur hier versuchen zwischen Gewinn und Verlust er kann nur uns in eine Not bringen wenn wir an dieser Stelle verführt werden er kann uns nicht an eine in einer anderen Art und Weise versuchen er muss uns gewinnen versprechen nur hat er heute einen massiven Vorteil gegenüber wenn ich so will Adam in Eden wir alle kommen auf die Welt mit einem falschen Auge und wir alle kommen durch die Neugeburt und bekommen das gute Auge und jetzt haben wir das gute Auge aber wir müssen jetzt lernen zu unterscheiden weil einmal neu geboren ist ja das böse Auge immer noch da und wir haben gesehen dass dass die dass die dass die Geduld das Resultat ist dass das böse Auge komplett in unserem Leben eliminiert ist das heißt wir glauben der Lüge Satans nicht mehr dahin will ich kommen heute hat er Satan einen Zugang zu uns Menschen der es ihm leicht macht uns zu verführen weil wir viele Neigungen zum Bösen haben die wir schon angeboren haben durch die Geschichte durch die wir gegangen sind durch unsere Vorfahren und wir haben einen in unserem Geist in unserem Herzen ein böses Auge das es dem Satan leicht macht uns zu verführen aber durch die Neugeburt bekommen wir ja die Wahrheit und dann fängt die Wahrheit an zu arbeiten und so muss nach einer Anfechtung nach der anderen wo wir sehen wie betrogen wir sind dann müssen wir die Kabel die Schnüre zerreißen und uns an die Wahrheit heften und so werden wir durch eine Anfechtung nach der eine Versuchung auch wenn wir fallen der Gerechte fällt siebenmal und er steht wieder auf der Fall wird benutzt zum Sieg der Fall wird benutzt um einen Schritt vorwärts zu kommen bis wir die Versuchung komplett überwunden haben wie das geschieht wie der Weg dahin ist wollen wir dann in der nächsten Betrachtung schauen ich hoffe dass wir ein wenig klarer geworden sind dass die Versuchung zur Sünde nur von Satan kommen kann aber da der große Kampf schon existiert musste Gott die den Angriffspunkt erlauben er musste ihn hintun weil es musste ja herauskommen was in unseren Herzen ist wem wir dienen wollen und deshalb kann Gott nicht versuchen zum Bösen er gibt dir zwar den Punkt aber er gibt dir klarste Anweisung wie du die Sache erfüllst und zum Sieg gelangst ich möchte ein Sieger werden möchte die Bewährungsprobe bestehen und der Kampf und der Kampf ist täglich da die Anfechtungen sind ständig da und ich kann es nur sagen es sind nicht die Anfechtungen etwas Böses zu tun weil es weil wir verstanden haben es ist böse sondern die schwierige Anfechtung ist das Gute zu wollen und dabei das Böse zu tun das falsche Maß zu verwenden für ein gutes Bedürfnis des Menschen das ist das Schlimme an der Versuchung das ist das Schlimme dass wir das noch nicht richtig auseinander halten können aber das müssen wir lernen deshalb studieren wir den Jakobusbrief deshalb sind wir in Beziehung mit einem Heiland und dem Heiligen Geist der uns Schritt für Schritt aus der Not befreit in dem Maße wie wir mit ihm zusammenarbeiten der Herr gebe uns die Gnade dass wir zu den Überwindern gelangen Amen